Sehr gut, wir kommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part des FC Liverpool Karriere-Modus. Am Start, Mitte 13. Episode und heute geht es ins Pokalfinale gegen den FC Chelsea. Holen wir das Double oder fliegen wir im Endeffekt doch noch aus der Champions League raus, wollte ich gerade sagen. Aber das war mit Dortmund gegen Chelsea, weil egal, fliegen wir eventuell doch noch raus. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir sehen hier, der Holter des Turniers wurde bekannt gegeben und es ist Petr Tschech, goldener Schuh für Rooney und der Spieler des Turniers ist Diego Costa. Das heißt, wir haben nicht aber den Premier League-Titel und wir müssen nächste Saison auf jeden Fall jemanden haben, der sich in den Vordergrund spielen kann. Die Transfers werden in der Episode zumindest mal angefangen und in der nächsten Episode dann weiter fortgesetzt. Da gibt es wieder ein Transferspecial, könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Das wäre dann die 14. Episode. Aber heute geht es jetzt erstmal weiter gegen Chelsea. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. 1000 Likes fürs Pokalfinale beim FC Liverpool Karriere-Modus werden wieder richtig, richtig nice. Seit der EM ist leider wieder so ein kleines Loch auf YouTube. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist nicht mehr so da, die Klicks sind nicht mehr so da, die Likes sind nicht mehr so da. Aber vielleicht können wir es ja heute wieder schaffen, wenn ihr diese Problematik mal vor Augen euch führt. Dann ist euer Like, der eventuell für euch in euren Augen gar nicht so wichtig ist, vielleicht noch wichtiger als sowieso schon. Mal schauen, was ihr da so macht. IG wollte es auch in der Videobeschreibung verlinken für günstige Team-of-the-Season-Coins. Ne, die sind vorbei. Wobei mittlerweile könnte das M&S-Team-of-the-Season da sein. Aber das weiß man nicht. Auf jeden Fall gibt es da günstige Coins und schnell geliefert, sicher geliefert. Rabatt.com, MaxGamingTV bekommt ihr 6% auf eure Bestellung. Könnt euch auf jeden Fall drüber freuen. Und dann würde ich sagen, wir legen los mit dieser Episode und simulieren mal zum Spiel. Uff, Nationalmannschaft haben wir ja auch noch. Stimmt, ja, das wird dann diese Episode auch einen kleinen Faktor spielen. Schaut übrigens bei Twitter vorbei, wenn ihr bei den Transfers partizipieren wollt in Zukunft. Mittlerweile wird es schon zu weit vorproduziert. Seien auch nur die, die bereits auf Twitter followen, können irgendwas damit anfangen. Wir sind soweit. Es ist alles vorbereitet für das Spiel gegen den FC Chelsea. Es wird eine harte Partie, aber wir wollen es schaffen. Wir wollen das Double und wir wollen den Zweiten in der Liga auch zum Zweiten den Pokal machen und damit richtig ärgern. Wir gehen rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Holen wir uns den Titel. Wir sind am Start im Wembley Stadium. Ausverkauft. Aufgeteilt auf zwei Fanlager. Der FC Chelsea in blau und Liverpool in rot. Und Freunde, wir haben ein Comeback. Und das ist die Trophäe, um die es hier heute geht. Der FA Cup. Wir wollen ihn uns sichern. Und das ist der Weg, den wir beschritten haben. 3 zu 0 im Halbfinale gegen Southampton. Chelsea mit 1 zu 0 gegen den Lokalrivalen Arsenal. Und wir sehen die Mannschaften und wir schauen uns mal die Aufstellung an. Der FC Liverpool mit Karius, Kleinbos, Caglican, Moreno, Javier Pastore, der ja ein Comeback gibt. James Milner, Mario Götze, Dimitri Payet, Daniel Sturridge und Christian Benteke. Kein Origi, aber dafür unser argentinischer Supertransfer. Als Comeback und als Supersub sozusagen, den wir hier im Pokal einwechseln für das Finale. Amelia bei Chelsea. Der Keeper, der Italiener. Überraschend. Godinke, Elivanovic, Martic, Fabregas, Wilgen Oskar, Kennedy und Diego Costa. Das ist eine sehr starke Elbe mit einigen Überraschungen. Wie beispielsweise eine Mats Filiqueta. Und keinem, ja, beispielsweise auf der linken Seite Hazard. Und dafür auch noch Kennedy. Schiedsrichter, Nils Swarbrick, kenne ich nicht. War vielleicht ganz gut. Die Fans sind bereit. You'll never walk alone. Das ist unser Motto und das gilt auch für dieses Pokalfinale. Auf geht's. So, Sturridge mit der Ballerübung und da ist Pastore erstmals. Mario Götze, Benteke zurück auf Daniel Sturridge. Natürlich steht Chelsea hinten auch nicht schlecht. Die sind hinten auf jeden Fall gut aufgestellt. Und auch Azpilicueta ist definitiv kein schlechter. Ja, das läuft gerade noch nicht so gut nach vorne. Die Flanke auf dem zweiten Pfosten, Costa und Karius hatte da seine Pfoten dran. Deswegen ist der Ball so komisch getendelt. Can kann ihn jetzt klären. Uiuiuiui, die erste dicke Chance geht aufs Konto vom FC Chelsea. Langer Ball auf Daniel Sturridge. Und der dreht sich einmal um die Flanke. Zweiter Pfosten, Götze kommt nicht ran. Pastore mit der Ballerübung. Es könnte wieder schnell gehen. Benteke stand im Abseits. Aber wir sind noch am Ball mit Javier Pastore. Langer Ball auf außen. Da ist Dimitri Paget jetzt in den Lauf von Götze. Der stand nicht im Abseits, aber der Pass ist eine absolute Katastrophe vom Franzosen. Ach, schade. Das kackt die mit der Ballerübung. Pastore wieder raus auf Paget. Der zurück auf Javier. Pastore, ist das der Elfmeter? Das ist der Elfmeter. 31. Spielminute und Argentinier gegen Cesc Fabregas. Ein meiner ehemaligen Lieblingsspieler. Und er holt den Elfmeter raus. Er wird beim Schuss behindert in die Hacken getreten. Und das ist ein Elfmeter. Und das ist die Riesenchance, hier in Führung zu gehen. Pastore holt ihn raus. Und wer wird ihn schießen? Das ist die große Frage. Es wird James Milner übernehmen. Es wird unser Kapitän der heutigen Partie machen. James Milner. Nächste Saison eventuell nicht mehr. Stammspieler bei uns. Aber dieses Mal ist das noch. Und er macht das Tor. Und er macht den Führungstreffer für den FC Liverpool. Wir führen im Finale um. Den FA Cup gegen den FC Chelsea. Pastore holt den Elfmeter raus. Und Milner mehr als souverän. Amelia bewegt sich gar nicht. Bleibt auf der Stelle stehen. Und wir sind vorne. Andere Seite. Sturridge auf Mario Götze. Und der in den Lauf von Dimitri Payet. Aber Ivanovic ist da. Milner. Die nächste gute Chance. Amelia nicht sicher. Willian jetzt. So. Es ist Halbzeit. Die Balleroberung von Pastore ist der Schlusspunkt des ersten Durchgangs. Wir führen verdient. Naja. Nicht wirklich. Mit 1 zu 0 gegen Chelsea. Torschütze Milner. Aber da muss noch mehr kommen. Ansonsten wird Chelsea hier zurückkommen. Und das wollen wir natürlich verhindern. Aber momentan sieht das mehr als gut aus. Für den FC Liverpool. Die nächste Spielunterbrechung wird gewechselt, wie ich sehe. Götze mit der Balleroberung. Woskali auf Milner. Der kommt nicht ran. Chelsea steht hinten wirklich auch gerade bei den Gelegenheiten, wo ich kontern könnte. Sehr, sehr sicher. Und kommt immer noch gerade so in die Zweikämpfe unterbindet. Die Konter jetzt die Chance. Du Jostka. Aber sie kommen vorne zu keinen gefährlichen Chancen. Zumindest bisher in der zweiten Halbzeit nicht. Und das ist halt bisher recht gut für uns. Tolisso ist jetzt drin für Matic. Ein Spieler, der auf jeden Fall auch offensiven Einfluss haben kann. Moreno. Wir kommentieren die Szene mal weiter. Götze raus auf Sturridge. Der hat eventuell die nächste Gelegenheit. Dreht sich einmal. Jetzt müsste Klein mal kommen. Jetzt ist er da. Genau. Nathaniel Klein. Die Flanke. Und da steht Benteke. Kommt nicht ganz ran. Kommen wir nochmal in die Gelegenheit? Nein. Oh, 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 oh. William. Der war ordentlich vorbei. Benteke. Zweiter Pfosten. Sturridge. Ah, der Ex-Chelsea-Spieler hier. Allerdings kommen wir jetzt gerade auch nicht mehr zu Abschlüssen. Chelsea aber auch nicht. Haben gerade Falcao gebracht für Diego Costa und Obi Mikel für Fabregas. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Einfach, weil das doch viel zu defensiv ist. Götze raus, Milner. Ja, Götze kommt fast nochmal ran. Und Falcao kann ja auch gerne Tore schießen. Oh, Can, Weltklasse. Jetzt die Konter-Gelegenheit über Götze. Guckt euch an. Sturridge gerade den Laufweg blockiert. Aber er ist schnell genug. Ist er schneller als Sully. So hat er noch die Energie. Das sieht fast so aus. Geht in den 16er. Ist weit vorm Tor. Schade. So, wir wechseln jetzt auch mal aus. Gehen mal komplett auf Konter. Nicht aus Konter. Götze, Pai und Penteke gehen raus. Die sind nicht so schnell. Musonda, Rashford und Insigne sind es aber. Und die kommen jetzt rein für die letzte Viertelstunde, um nochmal den entscheidenden Konter zu setzen. Und jetzt vielleicht die Gelegenheit über Musonda. Und jetzt vielleicht die Gelegenheit über Alberto Moreno. Jetzt ist in der Mitte aber keiner da. Doch jetzt Doppelpass raus auf Moreno. Und der einfach mal, oh Gott, das will mit einer katastrophalen Flanke. Aber das war auch schlecht gelaufen von Musonda und Rashford. Falcao zeigt das, was er ihnen so ein bisschen berühmt gemacht hat. Die Pfeilrückzieher, aber der war weiter neben. Rashford passt Tore. Und da ist Musonda. Oh Gott. Amelia mit einem Weltreflex. Und dann ist Schluss. Wir gewinnen in der Weltkampf. Wir gewinnen das Double. Der FC Liverpool ist nicht nur Premier League Sieber 15-16, sondern auch FA Cup-Sieger. FA Cup-Sieger 15-16. Das Tor von James Milner erreicht im Pokalfinale gegen den FC Chelsea zum Sieg. Sie hatten die Gelegenheiten. Sie waren gefährlich. Wir hatten die Gelegenheiten. Wir waren gefährlich am Ende, wenn wir das bisschen glücklichere Händchen und schaffen es tatsächlich dank unserem Capitano heute hier zu gewinnen. Wir sehen die Mannschaft. Wir sehen, wie sie feiert. Und wir sehen gleich die Titelübergabe. Was für eine Saison für uns als Trainer. Erstes Jahr in England und direkt mit einem Verein der Ewigkeit nichts gewonnen. Hat beide Titel geholt. James Milner wird gleich den Pokal in die Höhe reißen. Einfach nur herrlich. Ich freue mich tierisch darüber. Auch dieser Pokal natürlich wieder geschmückt. Mit schönen Bändchen in den Vereinsfarben. Also in Rot, so wie sie das gehört. Und ich habe extra Nachts eingestellt, sodass wir das Feuerwerk sehen können. Aber das war erstmal irrelevant. Denn das ist James Milner in den Pokal in die Höhe reckt. Wir gewinnen das Double in England. You'll never walk alone. 2016 Ach, ist das schön. Wir haben es geschafft. 2,5 Millionen bekommen wir nochmal für diesen Sieg. Abgesehen von dieser genialen Feier und dem schönen Feuerwerk gerade. Und zur Feier des Tages gibt es Training für unsere Spieler. Nichts damit frei. Nein, ihr müsst trainieren und besser werden. Naja, das geht zumindest schon mal. Und Muson dann nimmt es sehr wörtlich, was ich gerade gesagt habe. Spieler des Turniers ist aber wieder einer, man schaut sie. Mann, wir können das nicht. Aber man muss schon sagen, diese selbst gespielten Karrieren scheinen erfolgreich zu sein. Bei Dortmund lief es richtig gut. Bei Kent läuft es auch richtig gut. Und bei Liverpool läuft es ja auch richtig stark. Also von daher, schön. Steven Corka wechselt zurück. Ja, zu QPR. Ich weiß nicht, ob wir aufgestiegen sind. Aber eventuell werden wir ihn kaufen. Aber eher nicht. Ja, schade, dass er geht. Aber war auf jeden Fall sehr nützlich. Und bei Muson da bestätigen wir natürlich die Kaufoptionen. Und holen uns den belgischen jungen Nationalspieler mit seinen 19 Jahren und einem 76er Rating. Deswegen, ich denke mal, das wird ganz cool werden mit ihm. Ich hoffe jetzt zumindest mal sehen, ob er das andere mit Rotationsspieler hat. Aber ich denke mal, schon mal ein Premier League Sieger, oder? Tatsächlich, obwohl er einige Zeit bei uns gespielt hat, ist ihm nicht der Erfolg über den Kopf gewachsen. Und wir bekommen einen Spieler mit einem Marktwert von 7,5 Millionen für 4 Millionen. Das ist schon ganz geil. Sturridge möchte mehr Gehalt. Aber das, denke ich mal, können wir machen. Weil Ken verlängern war auch mal übrigens lustig. Der spielt gar nicht mehr in der Profimatschaft von Liverpool. Nur noch hier im Karrieremodus. Im aktuellen Kader ist er schon gar nicht mehr drin. Der ist ja in der U21. So, Simulation des Trainings. Mal wieder, wie immer. Und Ergebnisse, die nicht so toll sind, aber auf jeden Fall noch okay. Nächstes Training. Nächstes Glück. Oi, Can steigt mal. Das ist doch schön. Mal auf 78. Wurde auch mal Zeit. Mal sehen, wie weit das jetzt wieder nach oben geht. Jawohl. Okay, habe ich jetzt das richtige Training für ihn gefunden. Wir begrüßen neuen Spieler im Training. Und zwar Lazar Markovic. Ja, ist in Ordnung. Übrigens, was soll ich sagen? Bisher ist noch nicht viel passiert. Aber jetzt kommt Euro. Das ist übrigens unsere Aufstellung. Özcan, Lazaro, Wimma, Dragovic, Hinteregger, Alaba, Baumgartlinger, Burgstaller, Arnautovic, Junuzovic und Sabica. Unsere Gruppe ist gar nicht so schwer. Wir haben Slowenien, Tschechien, aber halt auch Italien. Mal schauen, wie es da laufen wird. 4-4-1-1 spielen die mit Krejci, Cola oder Koja oder wie auch gesprochen wird und Kotzak. Und Sabica macht das 1-0. Den lasse ich als Stürmer spielen, weil warum nicht? Ich höre die auch Harnik spielen lassen, aber Sabica ist mir irgendwie sympathischer. Ja, bisher sieht es ganz gut aus. Ich drücke mal auf Skip, mal sehen, was passiert. 2-1. Sabica trifft doppelt. Das ist doch gut. Ich werde übrigens alles simulieren, sonst endet das wie mit der Türkei. 3-4-3 spielt Italien. Wir haben jetzt irgendwas geändert. Stranzel ist drin, genau für Wimma. Und Bonaventura macht direkt das 1-0. Na super. Spiel mit Insigne und Beradi im Mittelfeld. Also mit zwei eigentlichen Stürmern. Einer von uns fällt mir gerade mal so nebenbei auf. Mit Insigne, der ja aber verkauft werden soll. 45 Minuten durch, drückt wieder auf Skip. Oh, 3-0. Und Dragovic verletzt sich. 6 Wochen. Wir müssen jetzt gegen Slowenien gewinnen. Übrigens, wenn ihr euch fragt, warum ich alles simuliere, damit es nicht so unrealistisch wird, habe ich, glaube ich, nächstes Training. Ist ganz ordentlich. Kann man so auf jeden Fall machen. Und ja, wir müssen gegen Slowenien jetzt gewinnen. Wenn Italien, es reicht ein Unentschieden. Es reicht theoretisch auch in Niederlage, wenn Italien ein Unentschieden gegen Czechien spielt. Aber wir wollen natürlich gewinnen. Haben jetzt ein bisschen gewechselt. Wenn man hinterher in der Innenverteidigung Fuchs kommt zu seinem Debüt und auch Schaub spielt. Und zwar für, ähm, Burgstaller. Oh, schade. Berisch macht den Ausländer, Anautovic-Führungstreffer. Zwei Itches treffen. Anautovic verletzt sich. Oh, Mann. Das darf noch nicht wahr sein. Bitte, komm. 2-1-Sieg. Sabitzer. Ich sag doch, der ist geil. Unser bester Spieler fällt 8 Wochen aus. Viertelfinale gegen die Niederlande. Na, super. Herzlichen Glückwunsch. Aber egal. Wir beenden die Saison und schauen mal, was unser Vorstand so zu sagen hat. Leistung im Pokal war gut. Also eigentlich hätte ich erwartet, dass sie sagen, klasse. Es war eine gute Saison. Also ich weiß, es war das Ziel. Aber trotzdem hätte man mal herausragend anmerken können, dass wir Meister geworden sind seit Ewigkeiten das erste Mal wieder. Aber die Fans sind im Freudentummel. Das reicht mir doch. MGT schlägt ein. Und die Transfers. Werde ich in der Episode wirklich nur ganz sporadisch anfangen. Und nächste Episode weiterführen. Weil durch die EM ist es jetzt doch ein bisschen länger geworden als geplant. Und ein bisschen mehr Fülle in der Episode. Und von daher reicht es, denke ich mal, wenn ich nur so bis zum dritten Tag gehe. Wir sind am ersten Tag. Wir dürfen Trainer bleiben. Wir haben ein neues Pokalziel. Wichtige Infos zum Transfermarkt, die gar nicht so wichtig sind. Und unser Saisonbudget, was uns natürlich brennend interessiert. Pokalziel. Natürlich. 81 Millionen. 400.000 Gehalt. Mö. Dankeschön. Das ist nice. Und wir sollen nicht mal mehr Meister werden. Oh. Das ist eine Erleichterung. Weil dann können wir umso mehr Geld fordern. Komplett neues Training. Und ich fand es sehr gut, dass Markovic doch vielversprechend war. Aber bei Lottelli ist es auch. Und. Was sind das für Ergebnisse, Freunde? Uff, uff, uff. Wir müssen gar nicht so viel verkaufen. Allerdings wollen wir Lovren. Äh, Quatsch. Hier. Oh, Iria verleihen. Deswegen müssen wir irgendeinen Verteidiger halten. Weil sonst haben wir nur noch einen nominellen mit Boskali. Ich wollte eigentlich die Boskakli. Ich wollte eigentlich die beiden hier verkaufen. Aber das geht dann nicht. Weil Chana der einzige andere ist. Wir werden aber auch neue kaufen. Also keine Sorge. Vorbereitungsturnier steht an. Und zwar. Wo denn? Hm. In Australien. Haha. Ich bin hier auch im Pilo. Wir haben ja noch Joel Martip. Hehe. Äh. Also eigentlich brauchen wir nur ein Backup in der Verteidigung. Damit ist andere Chana perfekt. Ein Talent sollten wir uns vielleicht holen. Das wäre gar nicht so schlecht. Ansonsten sind wir defensiv eigentlich schon recht gut aufgestellt. Top Transfers erwarte ich eigentlich vor allem im Mittelfeld und im Sturm. Wer da kommt, das werden wir dann sehen. Das werde ich auf Twitter mal fragen. Ich habe da schon ein paar im Kopf. Süß. Bournemouth möchte unseren Meisterkeeper haben. Äh. Sicherlich nicht. Außer ihr gebt mir 59 Millionen. Danny Yings ist wieder da. Müssen wir jetzt verkaufen. Ähm. Dazu ist Joe Gomez wieder da. Wollen wir jetzt verleihen. Und John Flanagan ist da. Und auch dem wollen wir verleihen. Ich sprach von Talent für die Innenverteidigung. Äh. Wir brauchen kein neues kaufen. Wir haben bereits eins im Verein. Das ist perfekt. Das Spiel gegen Niederlande machen wir übrigens noch. Die sind ja eigentlich gar nicht dabei. Aber okay. Haben gegen Frankreich gewonnen. Gegen Rumänien gewonnen. Gegen Norwegen gewonnen. Das ist sehr stark drauf. Wahrscheinlich wird für uns im Viertelfinale relativ realistisch Schluss sein. Aber mal schauen. Vielleicht überraschen wir. Ja. Wir warten bis heute. Dann sehen wir wieder auch Simulation. Hinterherger kriegt rot. Ich habe ja sowieso nicht schon genug Personalprobleme. Jetzt können wir gleich simulieren. 4 zu 0. Ja gut. Das war halt schon nach 18 Minuten lang. Ein letztes Training machen wir noch. Und dann war es das auch für diese Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen da oben. Da würde ich mich drüber freuen. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder mit mehr Transfer-Action. Diesmal haben wir alles dabei, was es so an den Ergebnissen gibt. Abgesehen vom B. Und mir ist das ein bisschen zu negativ. Aber in Ordnung. Bin gespannt, was so kommt. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Lasst einen Daumen da. Haut rein. Macht's gut. Und ciao.